Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf Diagnachten in Ticket und heute habe ich das Spiel Dragon Storm Fantasy. Ich bin gerade dabei, das Spiel zu installieren. Ich kann ja mal auf Start drücken, da seht ihr, nur er lädt jetzt schon ein paar Minuten. Da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt schon mal den Start, bevor es gleich mal weiter geht. Aber bevor die 10 Minuten rum sind. So, genau. Und ich sagte mal, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Bis dann. Okay, eine halbe Stunde später sind wir endlich soweit. Warum hat das heute so lange gedauert? Ich höre gerade meinen, das ist am Kämpfen, mein Charakter. Ich glaube, ich hatte ihn auch beim Boss abgelegen. Ja, genau. Nice. 30 Tage. Okay. So. Vollbild. Und... Das machen wir jetzt. Okay. 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 Er ist fertig. Kein Platz mehr. So. Kein Platz mehr. Okay. 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 Ich sehe mich so gut. Okay. 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 Ich sehe mich so gut. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier noch mal raus. Ich muss hier raus. Irgendwann kommen wir hier raus, denke ich mal. Da ist noch ein Punkt. Ich kann hier Sachen wechseln. Ah ne, ist gesperrt. Also die kann ich sowieso nicht tragen. Deswegen werde ich die erstmal runterhauen. Die sind schlechter als meine Sachen. Die sind besser aber noch gesperrt. Die sind schlechter und die kann ich nicht tragen. Okay. 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 Kann ich noch nicht. 344. Nice. Nice. Ich bin einfach. Okay. 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 Boah, ich hab Füße wie nicht Diamanten. So in Dailies kommen wir gleich hin. Okay. Okay, jetzt komme ich vielleicht zur Map hin. Und hier kann ich rausgehen. Manubius. In der Zeit kann ich ja bestimmt weiter gucken. Woops. Woops. Ich bin aus dem Kampf geflohen. Das war mir so stark. Es gibt... Wo geht er jetzt? Aber ich bin aus dem Kampf. Uff... Wann? Wann ist es schon mal? Das ist schon mal. Was ich da? Ich bin ein Gericht. Ich bin ein Gericht. Ich bin ein Gericht. Okay. Oh, jetzt kann ich da rein. Auto ist drinnen. Das ist der kleine Rock. Der ist 160. Ey, ich bin 344. Das ist voll witzig aus. Lila. Grün. Das ist voll witzig aus. Das ist voll witzig aus. Ja, ich bin 344. Das ist voll witzig aus. Und, das ist voll witzig aus. Oh, Schuhe, du ist. Hmm Hmm Ça vu Kein Spin Da habe ich aber etwas Oder auch nicht Nein Nein Ok es ging schneller Nein Ok es ging auch We're the dragons bless you Oh. Let's go. Komm her. Ich hab doch nicht ewig Zeit. Boah, ist gleich schon wieder 4 Uhr. Oh. Komplett wieder neu laden. Bitte nicht verstanden. Charakter. Gau. Beginnen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Schnell verbessern. Okay. Was ist der Unterschied zwischen verbessern und schnell verbessern? Ja. Ja, ich weiß. Ja. 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 Schon jeder? Hm? Himmlische Flügel. Und das wird auch nochmal schnell verbessert hier. Nice. Synchronisiert. Und das wird auch nochmal schnell verbessert. Okay. Spielassistent. Und nochmal abholen. Wollern. Mächtig. Mächtig. Ok, was schaue ich denn davon? Null. Warum leuchtet das dann? Ah, kaufen. Ah, kaufen. Ne. Davon habe ich auch Null. Ach, kein Platz mehr. Ja, ja, ja. Was muss ich machen in Auctionshaus? Ich habe keine Diamanten. Ich habe keine Diamanten. Ich werde es auf die Welt. Hier habe ich keinen Platz. Ich habe keine Zeit aus der Vergangenheit. Ich habe keine Zeit auszifikat. Ich habe kein Platz. Ach, da habe ich ein paar Jahre lang. Ich habe kein Platz. Ich habe ein Platz. Ich habe keinen Platz. Ich habe keine Zeit auszifikat. Ich habe keine Zeit auszifikat und meine frog interesante. Auf welchem platz bin ich denn? Wieviel soll ich loben? Ich bin hier für die Juste und ich bin immer auf Zeit! Ich bin hier für die Juste und ich bin hier für die Juste. Oh! Und schon wieder hier. Ich bin hier für die Juste. Das sieht nicht gut für mich aus. Ich bin gleich dauernd. Dauernd. Ich bin hier für die Juste und ich bin hier für die Juste und ich bin hier für die Juste. Und wieder dauernd. Hm. Hm. Ich bin hier für die Juste und ich bin hier für die Juste und ich bin hier für die Juste. Bis zum nächsten Mal. Wir machen das! Die Dämonen werden sich selbst geschehen! Die letzten Sekunden laufen! Jawohl! Okay! Neuer Rekord! Schön! Ja... Ich glaube... Was ist der Bauch? Automatic. 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 Ja. Los, renn doch hin. Da ist schon ein Flammturm. Wow. Aber wie hab ich den gebaut? Oh, kommt automatisch. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Gut. Ich verstehe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Achso, ich hab mich voran lädt. Eigentlich wäre es vielleicht besser, wenn der Turm hier vorn irgendwo wäre. Über die vier ist sehr gut, weil hier schießt er nach da und einmal nach da. Deswegen entferne ich den da und setze hier zwei hin. Und an der Ecke ist sowieso auch mal besser ein Turm. Soll ich den da? Ja. 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 Keiner durchgekommen. Jetzt geht's los hier. Ja. 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 6 von 10 will, ok. Offenbar umfrost. Ah, es kommen welche durch. Für Schlamm habe ich 1, 2, 3, 4. 4, 4 Flammen habe ich, Donner habe ich, 1, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11. 5 Offenbarungen und Frost war noch da nur einmal Frost kommen wieder viele durch dann muss ich hier noch einen Frost machen und da einen Frost und hier vielleicht auch noch einen und hier vielleicht auch noch einen Frost 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 verbessern Kommt da noch mal ein Donner Donner 3 Donner dann setze ich hier noch mal einen Donner hin dann setze ich hier noch mal einen Donner hin der erste Post ist durch Mensch ist das schlecht bei mir aber auch so spät der ist erkannt weil wie es geht leider dann die 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 ein Hmm, wird er jetzt noch überleben? Nein, und das letzte auch nicht mehr, ok. Mal ein Flammturm hin. 1, 2, 3, 4, 5 Flammtürmchen. 1, 2, 3, 4, 5 Flammtürmchen. Ne, ich krieg keine Methode. Was ist die letzte Welle? Aktuell, ja, 10 von 10. Ne, dann krieg ich auch nicht down. ... ... ... Die Runde noch zu Ende. Und dann war es das für heute. Das hier mit Tower Defense Turm Spiel ist richtig nice. Man muss allerdings hier auch mal auf Schnellbauen oder wie heißt das Turm Schnellbauen gehen. Der letzte Gegner der kommt durch und durch ist er 161 Monster sind entkommen. Okay, ich würde mal sagen, das war's für heute, ich lasse es mal schnell durchladen. Gut, dann will ich das Spiel mal beenden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Tick tollen. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.